Hast du es aufgestellt? Nein, es war Pause, ich werde es nicht mehr machen. Es ist schön gespielt, hast beweisen, es sollte doch nicht zu überheblich sein. Du hattest einfach durch den Skink nicht an der Sonnenstelle. Ja, ist so. Eigentlich war es gut gespielt. Einfach durch den Skink und Quatsch nicht. Ja, der ist ja dick gestorben wegen dem Fäulen. Der hat schon immer weg. Ähm, ich kann es nicht genau sagen, aber ich hätte besser auf das Fäulen verzichten und den Touchdown gemacht. Aber ist okay. Oh, du greifst... Ahhhhh. Die Schreiber ist ja, das sind nicht einmal so ein mega Risiko reich. Ich habe viele Blocks gefressen, aber eigentlich nicht aus dem Grund. Ja, ich habe es nicht aus dem Grund, wegen dem... Nein, du hast gut gespielt. Ich habe es nicht gewissen. Es war zu Führsvergleichschaft von meiner Seite. Du kannst nichts machen, aber... Also es ist so immer wegen der Touchdown-Injuries. Ja, eigentlich mit 3-Roll. Ja, ich habe es in der Mitte. Ich habe es nicht gewissen. Ist das nicht gewissen, oder? Ich habe es nicht gewissen. Ja... Ja, der Kampftänzer fehlt mir jetzt in allen Ecken und Enden. Alle Verletzten hast du selber verletzt, ich sage es auch. Ja, der K ist mir rausgeschlagen, aber die Verletzten... Ich sage, das waren alles auf die Hotsch. Also auf 1, auf 2. Jetzt sind wir irgendwie da durch. Wie kommen wir schlau da durch? Wir sind jetzt auch recht schnell gewesen. Wir hatten knapp 40 Minuten für eine Runde. Nichts! Wir sind hier im Hotsch. Hier sind wir in der Runde. Wir sind hier im Hotsch. Das ist ein Wart. Dankeschön. Wenn du da rein gehst, hast du das 4% Aussenschläge. Okay. Da! Immer diese Pause! Wieso 3 plus? Ob ich dort einen Skinky haben? Ah, dort ist ja noch ein Wechser. He he he! Contenance, Monsieur! Das ist ja 3 plus. Ja komm, das kannst du. Ich sollte wegnehmen. Ich sollte nicht noch mal 3 plus machen. Ich will hier noch mal 3 plus machen. Ich will hier noch mal 3 plus machen. Ich will hier noch mal 3 plus machen. Ich kann da so... Ah. Das ist 4 plus, 4 plus. Hier her gehen und dort überkommen. Und dann sehen wir uns 2 plus aus. Das kann ich auch hier machen. Das ist schon mal kein Kifle. Ah. Ah! Vielen Dank. 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 Einfach nicht schnell, haben wir gesagt. Ja, hilf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das war nicht gerade sehr tragsreich. Danke. Danke. BAM. BAM. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Hey. 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 He's got the bow. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Echt mega gut habe ich das gemacht. Hey! Klammisch uns, Klammisch uns, Klammisch uns. Klammisch uns, Klammisch uns, Klammisch uns, Klammisch uns. Okay. 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 Klammisch uns, Klammisch uns. Klammisch uns, Klammisch uns. Klammisch uns, Klammisch uns. Klammisch uns, Klammisch uns, Klammisch uns. Ja, okay. Das ist eine Option, wegen der Rüstung auch. Ja, weisst du, es ist halt immer relativ, wenn du... Also ich meine, ich habe drei Verletzte wegen drei Dodge. Also ich meine nicht grundsätzlich, ich finde jetzt nicht, dass das Spiel mega schlimm ist, wenn nicht die Leute die ganze Zeit rausgehen. Du, du, du gehst selber raus, ja, ich mache gar nicht. Okay. Komm, bleib mal stehen. Also heute würde es für mich nicht gehen, aber... Au! Snake Eye! Glaubst du es raus? Nein, es ist zwei, oder? Ich habe gerade noch mehr. Aber es war Snake Eye. Oh, es ist zwei, ja. Es ist zwei, ja. Es ist ein Triple Snake Eye. Es ist ein Triple Snake Eye. Es ist ein Triple Snake Eye. Ich habe entsprach, mein Team in der DBBL als Snake Eye Pirate benannt. Ja, ich muss jetzt ein Zeug machen, es gibt gar nichts mehr. Ich habe dir dein Scan gefallen. Ja, das kannst du. Ich könnte dein Scan gefallen. Könntest du machen. Habe ich aber jetzt nicht so mega die Lust. Ja, den Nutzen kann man kritisch hinterfragen, ja, von dieser Aktion. Ah, komm, schiesse mir. Ach komm, schiesse mir. Ach, Mann. Also wenn du das Spiel willst, musst du fast gewinnen. Der Scheiss ist... Du machst so einen fucking schnellen Touchdown. Ja, aber wir waren voll schlecht. Wir waren voll schlecht. Wir waren voll schlecht. Und ich hätte die Rolle für mich nicht gegeben. Und ich hätte mich nicht... ... Das ist so... Ja, ja, klar. Ja, jetzt kann mein Regime noch so einen Scheiß-Elfen-Move machen. So einen Scheiß-Elfen-Move. Die hat zuerst gemacht, der hat es gewusst. Na ja, genau. Dankeschön. Ja, jetzt wird es schwierig mit dem Scheiß-Elfen-Move. Ja, es steht immer noch einer dort. Ich schaffe noch einen Stand. Warum? Die Einzelmöle kapitieren, was rauszuhauen ist, wenn du dich selber raushaust. Unglaublich! Das ist sehr effektiv. Also. Jetzt kommt der Scheiß-Elfen-Move. Ich könnte gleich am Anfang machen. Nein, ich muss dich über den Druck setzen. Geht ab, stand ab! Nein, ich will doch nicht. Dann soll ich den Druck machen. Das ist besser, oder? Also das 5+. Muss ich direkt gehen. 5+. Das ist die beste Version. 4+. Also. Also nochmal. Ähm, weißt du was? Steig mal weg. Gib mir noch ein bisschen Platz. Weißt du was? Geh, dich geh, schäme. Da. Geh, dich geh, schäme. Also. Jetzt. Da. 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 Wieso gehst du jetzt hier runter? Wieso gehst du nicht nach rechts oder nach links von dir? Weil dann musst du nachher weniger rausrutschen, oder? Ja, mag ich nicht durch? Mal, wenn du unter mir selber rausgehst. Da hast du viel rausgehst, wenn ich hier durchgehe? Nein, 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 nein. So wie du es gemacht hast, aber nachher nicht gleich runter, sondern aus deiner Sicht nach links. Dann musst du nachher nur aus einer Tackel. Da, da, da. Ja. Da. Da. Nein, das kommt auf das Gleiche. Ich komme auf das Gleiche. Nein, ich gebe dir einen. Ah. Welcher 3+. Nein, du hast doch nur ein 3+. Ja. Da 3+, da 4+. Aber ich denke, da in die Zone rein muss. Scheiss drauf, ich mache es. Das musst du sowieso, oder? So hast du wenigstens noch ein 3+, sonst das 4+. So bekomme ich sogar noch zu Löffel. Genau. Du hast doch noch ein 3+, sonst das 4+. Nein, nein, nein. Das Ding rein. Also, Achtung, fertig, los. Das Problem ist, auch wenn der Roboter gekehlt. Ich nehme die Rolle. Komm, 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 du kannst das. Er kann es. Mein Gott, ich lebe es nicht. Unglaublich. Soll ich das Touchdown? Nein, ich probiere noch, dass du kannst. Ja, klar. Du musst blocken, dann ist der Ball weg. Ja, super. Ja, weißt du, dieser Weg hätte ich gerade das Touchdown gemacht. Und jetzt hättest du erst das Touchdown gemacht. Ich hätte dich wieder geschoben. Ach so. Ich hätte dich auch mit dem Touchdown in der Schiebe. Und jetzt hättest du wieder die Chance, die Zeit zu verzögern. Ja, hast recht. Hast recht. Das ist ja krass. Die Elfen-Move sind wirklich. Das ist ja unglaublich. Ähm. Ja, hättest du mir gescheit dringeschoben. Weil ein 3-Zug ist eine sehr solide Chance für eine Elf. Gut, ich bin arg in 100-Zone. Du hast im Fall vorher nur schlecht gegengespielt. Da hättest du mir das Ding mehr touchen sollen. Da hättest du einfach noch Leute gehabt. Du hast nur noch Platz gezogen sollen. D thor ich Stacy. Da, okay. Wenn das Knack macht. Du hast dich sch początku zum closeuzzten dürfen. Was ist das Wunder. Und du hast dich plötzlich nicht schlecht. Du hast mich festgestellt. Geht's noch hier richtig. Es sieht nicht so aus, dass ich den Wardancer faulen sollte. Ich muss meine ethisch-moralisch-empathischen Fähigkeiten lösen. Die sind voll hinderlich für das Spiel. Geht's noch hier. Ah, du kannst jetzt sogar wieder reinhüpfen mit dem Scheiss-Wordancer, ey, das ist doch so kürzer. Ah, da hoffentlich sind die Rerolls bald vorbei. Ich hätte ihn gekonnt, hast du mir glauben. Bei jedem anderen Team würde ich echt einen Touchdown machen und darf das save, aber ich weiss, wie schnell du bist. Durch zwei Sachen lagen dir. Ja, 3 plus Touch, komm, schaffst du. Ich nehme halt 2 auf mehr, wenn wir es können. Jawel, er liegt am Boden. Oh, jetzt hast du einen guten Fall. Oh, hättest du noch einen Reroll machen können, oder? Sollte ich auch. Ich brauche nur noch für das Spiel zu gehen. Ich prophezeiue, wenn du jetzt den Touchdown nicht machst, kill dir das Gang. Ja, der Scheiss ist, du kannst mit dem hinten aufstehen. Der Touch ist easy aus und greifst ihn an. Mit zwei Würfen. Jetzt kann er das Wehen wohl im Moment. Ich kann ja greifen. Du sogar, ne? Okay, der hat sich schon fertig. Okay. 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 Jetzt muss ich noch überlegen. Damit aus. Ja. Okay. Tschüss ist sicher. Schiebhier 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 Ach schuld Ooooooooooooooo Ok das ist bitte, Sorry Das Team ist schon fertig Das Team kannst du löschen Das ist schon vorher gekommen Was ist das? Weil ich es kann! Ich mache gar nicht die letzte 3-Roll für das. Ja, das ist krass. Was ist das? Ja, das hat ich ruhig an den Ruch. Ja. Gut, das kommt technisch. Ich kann hier nichts mehr machen. Ja, momentan schnell. Ich mache jedenfalls den Enttun. Ich habe vier Leute auf dem Feld. Okay, also dann stelle ich nicht mehr auf. Du musst nicht. Ich mache Pass und höre auf. Okay. Wieso kann ich nicht? You cannot have more than two players. Okay. Okay. Das ist doch besser. Nein, ich hatte drei Spieler in der Randzone. Okay. 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 Das ist doch besser. Jäger! Wow! Wow! Ah, ich habe noch einen Zug. Ich weiß nicht, dass das Zug ist. Ah. Das hat schon noch andere Schläuche löst. Hau! Ah, ich muss mein ethisches Protokoll löschen. Weg, 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 weg! Hahahaha. Unter das 2. Ich habe das Fanfaktor bekommen. Ah, ich habe es ausgewürfelt. Ich habe mehr XP gemacht als du. Ah ja. Wieso das? Ah, ich habe mir in meine Ecke rausgeschlagen. Wegen dem ist er nichts bekommen. 6% Ballgesetz. Was gibt es jetzt? Wer hat mehr Glück gehabt? Ich muss meine Glücksstatistik führen. Du... 36% Ballgesetz. Ah gut, okay. Was ist dann nicht mehr gegangen. Also das Glück ist auf meiner Seite... Ist das Glück... ...liegt auf meiner Seite oder stark? Also... Anhand von den... Also ich habe verloren, weil ich die Leute rauskam. Von dem her... Also ich habe verloren, weil ich die Leute rauskam. Wo du die selber rausgeholt hast? Also ich habe... Ja genau, ja genau, richtig. Wegen dem ist es nicht... Also dürfen sie auf deiner Seite gewesen. Aber das kommt im Fall nicht so darauf an. Okay. Also leicht auf meiner Seite meine Statistik. Also... Weisst nicht. Ich habe die... Das ist... Deine Statistik ist im Fall relativ. Ich verliere das Spiel, weil ich mehr die Leute rauskam. Ja, ja, ja. Aber es geht nicht um das. Und das Spiel war schon entschieden. Es geht um... So... Würfel... Äh... Momente... Ich sage mal... Naffelmomente. Ja, okay. Ich finde, Naffelmomente sind auf deiner Seite gewesen. Aber nicht, weil du...